Hallo Freunde, ich bin's wieder und wir spielen wieder Vampir, Vampire, ich weiß immer noch nicht, wie ich's nennen soll. Ja, wir haben noch den Quest, ein Verräter im Krankenhaus und ich würde sagen, wir reden deswegen direkt mit Edgar Swansea. Komm ich hier rein? It's locked alright, it's locked alright. Die Steuerung ist jedes Mal aufs Neue gewöhnungsbedürftig, Alter. Die Mausensivität ist auch ziemlich krass, irgendwie, oh warte mal. Bisschen Natriumchlorid, das kann nie schaden. Die Tür ist einfach nur da, ich weiß auch gar nicht, wo die hinführen soll. Dr. Swansea, schauen wir mal, was er so zu sagen. Oh, okay, ich zitiere gerade Hamlet. Zeilen oder nicht Zeilen? Okay. Der Schädel ist riesig im Vergleich zu ihm. Du, mein Freund, hast du einen Fuß in beide Länder. Die Sicht muss sich vertiginisch sein. Es ist zumindest so vertiginisch als zu sprechen über Vampires mit dir, ich würde sagen. Das muss sich alles so neu an dir sein. Diese Stadt, das Hospital, eine ganz neue Leben. Wie stimulierend es muss sein. Ich wünsche mir, dass ich deine Enthusiasme, Dr. Swansea. Aber meine Kondition defies die scientifische Kategorisierung. Unmord, unalive? Immortität defies Logik. Ich kann nicht meinen Trill an diesem serendipitischen Turn der Events expressen. Der Welt's most eminenten Spezialist in Bluttransfusionen, ein Vampire. Man könnte sagen, ein Gift aus dem Himmel. Okay. Gucken wir erstmal kurz in die Details. Ich hatte es euch ja gesagt, ich will hier mehr auf die Charaktere eingehen. Ich denke, das ist hier sehr, sehr wichtig in dem Spiel. Denn hier geht es um Story, also wollen wir die Story auch mitnehmen. Kann also sein, dass das ein sehr, sehr langes LP wird. Wir schauen einfach mal. Viel haben wir übernommen noch nicht rausfinden können. Keine Ahnung, ob das Leichen sind. Ihre Worte sind tröstlich. Das ist kein Geschenk. Ich werde in den Leben des Paradox kommen. Das klingt geil. Es gibt eine absurde Poetrie zu meiner Situation. Physiker, heil dich selbst. Die Sprache ist genial. Aber ich denke nicht, dass er entschuldigen muss. Er ist im Prinzip nur neugierig. Was man verstehen kann, aus einer rein wissenschaftlichen Sicht. Wir können für unsere Situation nichts dafür. Und wir sind doch kein Arschloch. Es gibt keine Bedürfnisse, Edgar. Du hast oft eine Sanctuary, wenn ich nichts hatte. Sehr gut. Ich habe eine Aufgabe für dich, Jonathan. Eine Sache, die all deine neue Fähigkeiten verwendet werden. Bitte, geh auf. Was hallo für uns. Die Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out, a spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbery has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. Jeopardize? And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbery is in. Okay. Lady Ashbery. Oh, was haben wir denn hier? Brief von Rakesh Shadana. Oh, da kriegen wir vielleicht einen... Oh, oh, oh. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich ihm bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese neue Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fertigkeiten zu überprüfen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss. Auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Hochachtungsvoll, Rakesh Shadana, ehemaliger Arzt. Ein neuer Hinweis. Rakesh wurde während des Krieges versehentlich als Sanitäter angestellt. Und damit haben wir eine neue Information über ihn. Oh, noch ein Brief. Warnender Brief. 25. Oktober. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meinen starken Zweifel bezüglich Dr. Thoreau Strickland und dem Fall von Harvey Fiddick. Fiddick wurde nach einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft der Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff könne den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen ihn den Arm kosten könnten. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten heranreifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine früheren Verfehlungen erinnern? Da Dr. Strickland nicht auf mich hört, empfehle ich ihn, sein gefährliches Experiment zu unterbinden. Hochachtungsvoll, Dr. Waverly-Ackroyd. Dr. Strickland. Oh, Thoreau's medizinisches Können wurde in der Vergangenheit in Frage gestellt. Wieder etwas Neues. Wieder etwas über einen Charakter herausfinden können. Seltene Spezies von Vampiren. Als Gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen, wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist, nur die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen erachten, basierend auf unserem Lagen und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen? Bis vier Entdecke der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Wulkots eine wolfsähnliche Art von Vampir sind, betrachteten wir diese Wesen als entsprechend des mythologischen Wehrwulfs. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Aber was ist mit dem Rest? Was ist mit den... Was? Rakshasa aus meinem Heimatland. Was ist mit dem chinesischen Yangtze oder dem Päuschen im Süden Schienes? Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die fledermausartige Frau, die manchmal um die St. James Church in Louth fliegend gesichtet wurde? Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugen auch sagen, als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mythischen Figur des rastlosen Vampirjahres, der manchmal von früheren britischen Ekon als legendärer Weidmann beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfern ernährte und unbemerkten des Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur für ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Aus die Enthüllung der Nacht von Aschertortree, Primas von St. Paulus. Okay. Das gibt Erfahrungspunkte. Okay. Dann sprechen wir mal mit der Gönnerin des Krankenhauses. Ich wollte noch ein bisschen was herstellen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das tut mir gerade ein bisschen leid, ne? It's locked, alright, locked. Okay, Entschuldigung. Hier hoch wollte ich auch nochmal. Wo stagst du denn? Okay. Ja. Second floor. There is nothing on the second floor. Okay, wir müssen nach unten. Wir haben mehrere Ziele hier verzeichnet. Wahrscheinlich bezüglich der neuen Informationen, die wir haben, oder? Musik ist mega toll. Reden wir mal mit ihr. Blue took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind. The blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Die Lady da beim Herzigkeit. Oh, die sieht aus wie Angelin Lilly, so ein bisschen. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vampire. The lady who saved me that night. Oh! Before vanishing into thin air. Ach. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Ah. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well. In spite of the brevity of our encounter. Wir sind freundlich. Ja. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions. But are rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. You must have been compromised. Patienten, die ihm Probleme bereitet haben? Ich habe Fragen zu Vampiren, oder ich bin hier, um zu helfen. Wir sind hier, um zu helfen. Wir wollen ihr ja helfen. Macht dir einen guten Eindruck. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining, what's a mess. These past insufferable weeks. I've been the victim of extortion. Oh. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Wir machen Storygrapper. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame. But having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive bloodloss. Doppelmoral. Fragen wir, oder können wir uns einfach tun? Wir fragen nach. Is it true? Now aren't you the blunt one? Ich brauche nur Informationen. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you, that this line of questioning is in your best interest. Gut gerettet, denke ich. I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. If you're a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion. But I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Okay. Wer legt denn noch Krams, was wir mitnehmen können? Was ist das denn? Ergotamin. Wir müssen ja da noch ein bisschen was herstellen, ne? Wir sollen ja Leute heilen. Ei, ei, ei. So richtig hinterher komme ich noch nicht ganz, was hier alles abläuft. Aber. Ich denke, das ist zu fast. Opium. Geil. Erstmal zudröhnen, Alter. Erstmal zudröhnen. Oh, noch eine Kiste. Kleines Fläschchen. Ich bin ein kleines Fläschchen, yeah. Talk to Harriet. Natrium Chlorid. Wir sammeln mal kurz ein bisschen was hier auf den unteren Fluren. Wieso sehe ich denn das jetzt erst alles? Gab es Patch? Ich verpasst vorher? Oder war ich immens blind? Wahrscheinlich war ich eher immens blind. Das würde eher zu meiner allgemeinen Situation in diesem Spiel passen. Ach da. Jetzt wollen wir das mal sehen, Alter. Ach, ey. Dumme Idee. Ah, das ist ein Metall. Müssen wir auch noch hinkriegen irgendwie. Okay, hier kommen wir her. Dann gehen wir jetzt mal zu Harriet. Ah, jetzt ist sie offen. Jetzt können wir zu ihr gehen. Dann reden wir mit Harriet. Oh Gott. Get out! Oh Gott. Jetzt ist die Frage, wie reagiert man auf so eine Frau, ne? Ist man nett? Sagt man, ich hab Fragen? Oder sagt man, halten Sie den Mund? Ich würde sagen, wir sind bestimmt... Also halt's Maul. Ja, okay. Aber sie hat's gesagt. Ach, vielleicht war's doch gut, wie wir's gemacht haben. Ich hörte, es gab ein paar wunderschöne Sachen. War das ein Fall von Blackmail? Blackmail? Ich... Warte. Du hast etwas unterscheidiert. Das ist kein soziales Telefon. Es geht nicht um Behandlungsfehler. Ich versuche dir, Madame, das ist nicht eine Investigation into a possible medical error. Die Beutelung, dann? Nurses, Crane, Hawkins, Branigan, Hörer, so alle von ihnen. They can't keep their legs shut. Alter. 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 Ja, ich weiß auch wer. Danke für eure Zeit, Miss Jones. Du hast mir etwas gegeben, um zu gehen. See you in der nächsten Runde. Okay. Okay, ich muss mit den ganzen Patienten reden. Was? Was? Royal Garden Hall Theater. Clyde Fitch präsentiert. Doris Fletcher. Suffo. Okay. Kleine Beutel voller Ramsch. Was mache ich mit einem kleinen Beutel voller Ramsch? Wo habe ich diesen kleinen Beutel voller Ramsch? Na egal. Die Patienten und die Staffel wissen etwas. Ich beginne meine Investigation mit ihnen. Was? Ah? Ah! Äh, seht ihr das? Merk... Äh, wah? Bin nur ich hier grad ein bisschen verwirrt? Kodein? Nach unten?